So, meine Damen und Herren, vor uns steht jetzt sicherlich einer der Höhepuße des heutigen Tages, eine Kette von der Seine Extra, mal wieder, aber ein ganz anderes Modell, nämlich mit 3-MHz Spannweite, 80 Kilogramm Gewicht, einem Hacker-Elektromotor und einem Verstellpropeller. Wer vor zwei Jahren bei unserem Flugtag hier war und dort die Flüge, dort die Flüge von Markus Hummer erlebt hat, wird wissen, was jetzt auf uns zukommt. Zunächst mal ein ganz normaler, behäbiger, schöner Start. Zunächst mal ein ganz anderes Modell. 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 Zunächst mal ein ganz anderes Modell.